aber die können wir alle später machen wenn wir aber ich weiß die geben uns platzpunkte kann das sein ja gar keine mehr links zwei da unten große dritte brokkoli da ist der dritte warum ich mit den jungs machen ich glaube die oberteile so drehen dass die das ding schmeißt brokkoli soll ich ja drauf meißen oh oh Hmm. Und wie krieg ich den gedreht? Was kann ich nun mal Sachen drehen? Warum läuft er so? Nö. Nö. Wir tun dir erst, äh, der Vioso-Mass und dann direkt Akio und das drehst. Nö. Das ist so schlecht. Nö. 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 Ist noch ein bisschen schwierig. Nö. 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 Oh, hat er sich gedreht? Oh, hat er sich gerade ein Stück gedreht, gewollt Ah, der sieht noch nicht Warte mal Bekladium ist hier unten Keine Ahnung, wie man das Ding gedreht kriegt Oh Arresto, Arresto Vingadium, Idioten Ach hier Das hab ich noch immer noch geblieben Arresto, Moment Engagro, Idioten Arrest du mein Zeug? doch drauf schießen dann haben wir noch gar nicht ausprobiert bevor ich mich ärgere lauf ich so weiter gerade ich kann doch keine pfeilen aufmachen oder da kann ich glaube ich wein Wasser Marsch vom Nies. Verdammt, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Rauscht. Aber heute, ich glaube, heute Abend machen wir nur zwei Stunden. Wow. Rauscht. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ui. Die musst du doch hier rum. Sonst mal irgendwas? Da hinten sind blaue Sachen. Äh. Kann ich noch nichts mit anfangen. Na, aber zumindest hast du den einen befreit. Ja. Ich tue dir nichts, bleib stehen. Schönen Abend, eine angenehme Nacht, schlafe du bis morgen, Herbie, danke schön. Die und deiner Frau auch, eine angenehme Nacht, Ruhe. Guten Nacht, Herbie, schlaf gut. Gute Nacht, Herbie, angenehme Nacht, Ruhe, die und deiner Frau. Ich schließe ihn bei Herbie an. Ich tue, Frau, zu schreiben. Nehmen wir das selber. Hä? 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 Äh, 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 ich hab mal eine Runde geguckt und gegoggelt. Für diese Prüfung Merlins brauchst du den Zauber Flippendo. Flippendo? Den haben wir gar nicht. Noch nicht. Rupi, was soll das denn, lol? Ich glaube, du bist ein bisschen Basti geschädigt, hä? Mhm. Guck mal, wir gehen die noch zerlegen da drin. Aber erst machen wir wieder... Ob das Mr. Oaks Lager ist? Rennrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen probieren? Mit Kämpfen, natürlich. Wer ist da draußen? Incentive. Protektor. Du. Du bist da draußen. Du. 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 Du bist da draußen. Flippendo. Flippendo. Konfriendo. Wo? Incentive. Stopp! Oh! 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 Du. Oh! Ich bin gleich mit den anderen Kopfhörern wieder da. Jawohl. Ich verlass mich noch mal ein, was hier passiert ist. Verlangsamen. Jo, jetzt sind keine mehr da. Da habe ich sie doch schon sehr verlangsamt, oder? Bum, bumm. So, und wieder da. Bibi. 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 Danke, danke. Oh, Anja. Ja. Ja. Anja. Bin doch da. Du hast Aufgaben. Rennrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt. Aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldogak sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Roland Oaks. Ja. Roland Oaks. Gucken, ob wir hier noch finden. Das Ding müssen wir ja hier eigentlich abschließen können, ne? Ich suche das Zeltlager. Werden wir mal weiter suchen. Lauf die Suche halt fertig los. GB von Nils, GB von mir. Danke, Nils. Danke, Opi. Danke, Anja. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch gefüllt und Karten angelegt. Vielleicht fühlen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Das ist das Lager oder von dem Lager aus geht's zu diesem... Nutze die Karte um die Spuren zu finden. Ja, klasse. Aha. Opi, was machst du heute so schönes zum Abendbrot? Ich schätze, ich werde, wenn, dann Leberkäse auf Brot essen. Mal eben auf die Karte gucken. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Warum glaube ich, dass ich hier nichts finden werde? Ich weiß es nicht. Schatzgewölbe, Schatzgewölbe. Nipplerbau. Was ist das hier? Kleines Bandidenlager. Wo bin ich denn? Ich bin doch da, da. Aber ansonsten gibt mir die Karte hier nichts her, ne? Das könnte ja überall sein mit der Karte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir haben die zwei Stunden voll. Ich werde mal schauen, wo ich euch hinschicken kann. Hinschicken! Wann haben wir denn da? Wann haben wir denn da? Da können wir hin. Ich schicke euch nach Icke. Oh, ich zicke. Ich zicke. Ich zicke. Ich zicke. Ich zicke. Ich zicke. So, Icke zockt, ja. Meine lieben Zuschauer, danke, danke, danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Für das fleischige Schreiben. Danke an die ganzen Sub- und Gift-Sub-Spender. Danke an die ganzen Bitch-Spender. Dankeschön. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Einen guten Appetit noch für die, die noch was essen wollen. Ich schicke euch zum Icke-Röber. Der ist auch im Farming-Simulator. So. Und damit bin ich raus. Und tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen. Guten Nacht. Tschüss zusammen. Bis morgen. Tschüss zusammen. 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 Vielen Dank.